ja wir kommen zurück bei der weiteren Folge Let's play Minecraft together ich würde mir vielleicht vorher haben noch ein Schwerkraften die Begeisterung hätte ich echt in Grenzen ja aber so wichtig hat jemand vielleicht noch ein Eisen für mich? äh ja kann Daniel den Stream geben muss und ich ja ich habe ihn oder ne zwei Eisen zwei Eisen brauche ich zwei Eisen nicht ich hätte mir gleich noch ein bisschen Essen besorgen und gehe dann auf rein weil ich aufs Rache eure ganzen Kisten gefüllt hat ja was meine Kiste auch, Babo? ja weil ich habe euch nur 20 Eisen rausgenommen ich habe dir 26 zurückgegeben also und du hast noch zwei Gears von mir bekommen und ein Stick, dieser Stick war toll Herstellungskosten 300% äh 3 Sticks 3 Sticks habe ich nicht Professionell ähh 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 dann gehen wir wieder yeah yeah ja wir einfach nur beide schlechter die Jähre schreiben ich finde das kam so okay vor allem ich habe die Farm hier hinten gebaut also du hast das Glück dass du dich dann bedienen darfst ja aber ich werde nicht mehr Ptoe anpflanzen weil wenn da ein Gesetze ich stehe gerade Wasser also Wasser an und damit sie keiner auf dann die Kälte nehmen dann sie weg ähh nein die Pflanz in die Ptoe noch achtmal als das ist richtig gut ähh ja das ist mir schon klar wenn auf Null steht das zu hinten ist ja wo weit war ich schon wirklich ich glaube ich ziehe auch meine Wüstung fürs Farmen aus und wir machen nichts aus Truhen klauen weil das ist echt mies ja das ist echt mies und vor allem aus versteckten Truhen wo wir eigentlich gar nicht wissen sollen dass sie da sind ja leider weiß ich bei euch beide nicht wo die Truhen sind bei mir weißt du es also erzählt kein Bullshit ich dachte ja ich weiß es auch bei Daniel glaube ich irgendwo in seinem Haus ist es bei Blut war ich das glaube ich so auch so hinter dem Zaubertisch oder so was unter Boden hinter dem Zaubertisch oder so ich muss nur bei jedem ganzen Boden und Graben da findet man es schon öfter an außer bei mir ich hab noch nicht mein Haus anfangen gebaut also er hat kein Haus mehr mit na es kommt noch kommt noch ich werde erstmal da unten noch Eisen und sowas und Material sammeln und dann werde ich von jemandem einen Kabelstone kaufen, der das Blut mal einen geht hihihi jäh, für was kaufst du mir das ab? ich könnte dir das geben darf ich mal Zeitraffer machen? hä, was? darf ich mal Zeitraffer machen, wo ich einfach nur das Chip mache? ja, kannst du was machen kann ich das, oder ist das unfair, wenn ihr dann nichts in der Zeit machen dürft? ja, wir können schon was machen ja, wir können auch einen Zeitraffer machen bei dir werden halt dann die Folgen kürzer je nachdem wie du den Zeitraffer machst ja, das wäre dann scheiße ich hab schon mal ne kürzere Folge gemacht, ja, einmal wirklich wann? achso, ja, wie du weg musstest ja, genau uhuhu aber ich glaube, da hatten wir jeder ne Folge, wo einer weg musste ja, glaub schon es ist halt, dass die Schwierigkeit, drei Leute müssen gleichzeitig Zeit haben ja ja so, ich mach mir noch ein bisschen essen dann geh ich in die Mine ist das harte soll ich mitkommen? äh, wenn du willst, aber ich geh Meinen egal alter, ich hasse das okay, ich baue erst mal mein Haus zu Ende gut, dann werde ich in der Zeit Meinen und wenn ich mein Haus baue könnt, geht ihr dann wahrscheinlich Meinen, oder? ja, ja äh, nein, ich geh jetzt Meinen du warst doch schon mal nein, nein, ich hab aber in der letzten Folge gesagt, dass ich jetzt Meinen weh, weil ich brauche unbedingt Rohstoffe ja, wo die hin sind, das ist wohl, ja, ne Frage ich hab ein bisschen Eisen, Holz ich kann euch Dirt verkaufen du könntest die Creeperlöcher zumachen ja 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 gut dann verkaufe ichs nicht, dann schenke ichs euch weil Creeperlöcher zumachen ist echt ne Scheißaufgabe aber jemand muss es machen also, ich hab mein Essen im Leben wir können ja irgendeinen kleinen Wettbewerb machen vielleicht ein PvP Turnier oder sowas wieso dann wissen wir, wer den Arftkat hat und die Creeperlöcher stopfen muss jep ok, ich machs freiwillig, weil ich weiß, dass ich verliere hihihihi heee ich werd eh verlieren wenn ein neues PvP Turnier stattfindet hehehe, ich bin relativ sicher, dass ich gewinnen kann also kann ja es kann immer was schief gehen, sagen wir gewinnen kann jeder übrigens, äh, Dami, bei deinem Texturepax sind die Redstone-Truhe noch nicht geordnet ja, ich weiß, lass ich mal updaten oh, hier ist direkt neben unserem Haufen Höhle oh yeah so, ich geh mal Schafe ausbildern irgendwann weil die gehen mir ziemlich auf den Sack glaub ich dir, das sind echt viele ja, vor allen Dingen, wenn da irgendjemand reinkommt und denkt, die müssen jetzt Picky Picky machen hehehehe es werden jedes Mal mehr, Daniel merkt ihr das? vielleicht kann ich mal ein bisschen schlachten gehen jaaa aber wenn der nette Ongel kommt, bringt ihr uns was schönes mit Kühe, nein, Kühe nicht töten, okay Kühe brauchen wir, haben wir nur drei, oder? ne, ja, drei haben wir nur ne, 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 ne Daniel, du bist grad erschreckend leise äh, ich hab gar nichts gesagt oh, lol er muss eigentlich schon unser Länger-Portal nein, ich hab keine Obsidian mitgenommen aus der Höhle hey, nein, der schlag doch mal unser Länger-Portal, ist wieder weg wow äh, Portal, was? ja, Länger-Portal hatten wir auch noch eins? ja, wir hatten eins echt, okay ja, wir hatten eins ja, wir hatten eins LOL sind hier viele Schafe, ey bitte einmal einmal auf drei stimmt, das ist nicht mehr da 1, 2, 3 was, was? jetzt müsst ihr dir husten ähm ja ähm 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 erdbeerkies 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 man hat nicht mal was im Chat gesehen, man doch, logisch nein ich sag nicht zum Chat du hast was im Chat gesehen, du bist lol das klärt aber nicht für Schaden stimmt wie ist meine Helligkeit hell hm meine Helligkeit ist hell so also ich hab keinen Tourmine-Items installiert warum ist hier auf einmal so ein Never-Portal Game-Mode uuuh ach, ich hatte keinen Obsidian mit aus der Höhle genommen also das ja, aber ich hatte ganz am Anfang äh Farben ja, das stimmt ja, das stimmt ja, das stimmt ich hab so gefordert, weil ich das erste Mal fünf Tier erst gefunden hab ich hatte sechs ha ja warum wer kann keine Tür bauen kann zieht Paul jetzt hin so normal schafft er wenigstens wegzulaufen statt überhaupt iPad-Brüche so warum hab ich Fremde-Brüche äh scheiß PC nein echt mal kauft ja mal ein ordentlich PCchen hab ich doch ha aber nicht so ein wie ich mhm, angeblich nee, er hat aber wirklich leider so einen irrischen asozial PC 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 nicht asozial gut nicht asozial, sondern gut asozial gut so ich hatte meinen Raum zumindest schon mal ein paar Fenster ähm hm ich muss mir ein geiles Haus bauen ein geiles geiles Haus sag das so richtig unsymmetrisch hat jemand ne Brutsamkeitsplicker? äh nope schade hat jemand was von Quicksilop gesagt? was Quicksilop? was willst du jetzt mit Cypher? was? Quicksilop? hehehehe bitte Quicksilop? ja das klingt so geiles Wort was ist das? ich Quicksilope nicht, sondern ich Quicksilope 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 kann man das wissen? Daniel, du weißt was Quicksilopen heißt, oder? nein mit dem Scharflutzengewehr in mp3 glaub ich ja da kenn ich mich nicht aus alter so ganz kurz anvisieren also kasse das game Kohle 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 das hat ich nicht mehr was? 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 ey du hast eisen übersehen, Digga ich? ja weiß ich auch, wie ich bin ja gerade in der Höhle, in der du auch bist echt? wenn du hier übelst viele Fackeln gesetzt hast äh nein, ich bin noch ganz oben in der Höhle, im Eisgebiet achso dann nicht so ganz viele Fackeln, nein ist nicht so mein Style mein Style ist eher sparsam sein jo sparsam und gut aussehen das ist mein Style Alter, das geht so übelst schnell mit der Pekse ja, er spart am guten Aussehen das ist immerhin in Fashion City 4, ja es gäbe Schläger Aua vor allem, ich will erstmal so übelst, als könnte in so'n Wasserstrahl springen hallo, der hat mir heute gesagt, dass ich gut aussehe er hat dir gesagt, dass du gut aussehst er hat dir gesagt, dass du gut aussehst ja, das hier okay hey er sagt das nur, weil sie auf die Hauptschule geht er hat was gegen die Leute von der Hauptschule nein, hab ich nicht weil die Wahrscheinlichkeit, dass es Vollidioten sind ist kringfügig höher als bei Leuten, die eine andere Bildungs-Einrichtung besuchen hier sehr allgemein ausgedrückt, oder? ja so, wollen wir mal Dreadstone Dreadstone? ja, gerne mit Dreadstone kann man zum Beispiel den Tee zünden uuhu immer praktisch das war ein ganzes Spiel ja, ich weiß es lol ich dachte grad, ich könnte hier ein Wasser platzieren das wäre natürlich ganz schlimm gewesen das wäre natürlich ganz schlimm gewesen so hier brauche ich jetzt so meine kleine Alter was macht der Chapo da? ich weiß schon nicht, wer das Abo ist krass Diamanten bitte ja kein Scheiß labern nicht ich hab nicht Diamanten, sondern einen Diamant das war so es war nur einer ich hab erst gedacht, es wären vielleicht mehrere ja grad vielleicht mal äh rum rundherum und so ja da ist nur ein ich hab schon rumgeguckt das wenn er nur boom noch mehr noch mehr nein creeper ah schade die hast du nicht boom oh ja hm 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 und Tränke Goldene App hier haben wir ja hier ist es ja wie oft ist manchen Server dass man der Verwarten ist wenn der richtigen Welt anbauen kann aber hier kann man sich normal anbauen ich bin er ist schon der Verwarten weil wir haben gefordert ich glaube er hat den Wiedel er ist nicht auch so er hat der Typ der Turmbaumarkt ja so heißt er Turmbaumarkt also Vorname Turm und nach dem Vormarkt ja so ist es so LP ja irgendwie schon irgendwie von Proktshop nein schlabers du Eigentum so ich hab ja Kohle ja nein so muss ich nochmal raus Kies holen ähh ach ja ksit ah du bist das Leute ich bin ein paar Wochenende haben wir hier irgendwo Kies ja nicht noch mal Dias jay hast du nicht traurig nein leider nicht Glück hab ich leider nicht mit Glück oh hier ist ne Höhle die muss ich mir merken die Höhle merke ich mir Alter es ist hier grad echt fucking dunkel ich mach mal bei mir die Vorhänge zu vielleicht seh ich dann besser im Kontrast auf den PC es ist fucking dunkel zum Glück bin ich hier auf der Schattenseite des Hauses wenn ihr es alle sagen wieso hast du die Dias liegen gelassen ich hole sie noch und zwei jetzt übersehen na schon gleich sag ich sag das und Dias du dann auch übersehen ja ist voll logisch ja das ist Warp on Drake ist dran Drake lutscht Penisse lutscht Penisse Alter nicht nett doch alles hat Turmbaumarkt erforscht echt mal Turmbaumarkt Turmbaumarkt das Beste ich glaub ich nimm die Folge Turmbaumarkt ja da werde ich da werde ich tun wenn ich es nicht bis dahin schon wieder vergessen hab ja weiß ich wahrscheinlich ja wahrscheinlich ok es sind zwei Dias wie schreibt der denn bitte ok ja klar heißt das öffentliches Verkehrsmittel wegen diesen K weißt du zurück her zurück her zurück her joo gechill dein Lip joo was soll die Scheiße hä shit nein oh lol ich bin auf Bedrock ich bin auf Bedrockhöhe ich bin auf Bedrockhöhe Krypa direkt neben mir ah ah nicht gut ich habe Redstone gefunden ah ich bin da Merche spinn Merche spinn ah Turmschlag ah was Turmschlag ja das ist mein Skill bei Alonian weißt du ne eigentlich nicht nein das ist meine das ist sein Skill la 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 Schleichwerbung für Alonian Geht bloß nicht auf den Server Geht auf den Server Geht auf den Server Ja aber sag's nicht dass es von uns stimmt kommt sag's dass es von uns kommt lol ich trau mich nicht in mein Haus zu gehen wenn kein Dach drauf ist wer kommt jetzt dort Gott Ja er kommt das durch komm her Mr. Creeper Eisner das wäre jetzt Boomloch im Haus ey das passiert mir doch nicht nein Alter komm schon wieder Zombie und jetzt hab ich glaube ich ein Stack Eisen zusammen Zombie ist da auch noch so schlau das ist ja voll schlimm ey So jetzt hab ich mehr als das Topi du darfst nicht schlau jetzt hat er mich auch noch angezündet der Bauch Ah Oh Ist grad hart DIAS 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 Digga Drei Stück Drei Stück Drei Stück Vier Vier DIAS Ich find wahrscheinlich nichts Vier DIAS Perse ich bin nicht mal auf eure Farben angewiesen Ist ja doll Ist deine eigene gebaut oder Ich hau ab Gutes Aufnehmen Ja Der Server geht mal weg Tja X Warum Ok Wenn der Server weg geht Wie sollen wir dann aufnehmen WTF Er muss doch den Server nicht ausmachen wenn er geht Jure verstehst du nicht was ich gerade gesagt hab Der Server hat gesagt ich geh dann mal weg Also der war so flach den muss man halt erstmal verstehen Ja Solche Flachwitze die sind schon zu flach für mich Selbst für mich sind die schon zu flach Oh Unterflachung Unterflachung Und wenn die für mich schon zu flach sind das muss was heißen Jaja das muss was heißen Jaja das muss was heißen Wer sich hier grad fragt was ich hier für den Scheißen Schleifend Schleimt Loll Schleimt Schleimt Ohne Dias Schleimt Schlucht Trollig Schlucht ohne Dias Tod 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 Auch nochmal Schleimbälle Ja? Für Sticky Pissens. Ja, Mama, ihr seht einfach mal aus. Nein, mein Shop ist kaputt. Alter, die haben mir richtig XP gegeben. Ich hab nur ne Schleimbälle. Uh. Schleimer. Schleimer. Like abouts. Like abouts. Like abouts. Like abouts. So. Ich geh jetzt Water holen. Jo, hat der Timer eigentlich schon aufgehört? Nein. Ja, der ist schon kaputt gegangen, der Timer. Alter, das heißt nicht, das Geld schießt auf mich. Alter, ich bin fast tot. Nein, 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 nein. Okay, dann würde ich sagen, er war endlich mal die Folge gehabt. Nein, 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 nein. Er muss erst noch sterben. Doch. Doch, wir beenden die Folge doch. Er muss erst noch sterben. Nein. Der Timer ist noch nicht zu Ende. Wir haben erst bei 240 erst. Ja, schon seit drei Minuten, ne? Schon seit drei Minuten bei 240. Äh, so, da. Ja. Das ist aber die Bewässerung fürs Feld. Also, die ist sehr special. Die wird man nämlich nicht sehen. Alter, die Scheiße ist so, wow, wow, gold. Die Scheiße ist so gold. Die Scheiße ist gold. Die Scheiße ist gold wert, ja? Ja. Ja, total. Ein Diamant. Zweiter Diamant. Lava. Ist meine Scheiße gold wert? Nein. Deine nicht, aber meine. Ja, weil du dich auch so wert schreibst. Dritter Diamant. Vierter Diamant. Ich hab insgesamt sieben Dias gefunden hier. Bitch please. So. Oh, ich fahr' noch nicht mal so lang und hab' vier. Ja. Bitch please. Ich hab' jetzt meine Bewässerung hier abgeschlossen. Wir sind alle meinen, Daniel hockt oben. Ja. Ja, ich kümmere mich hier, die kleine Hausmama. Ja. Ja, um sein eigenes Haus. Wir müssten NPCs haben oder sowas. Ja. So als kleine Hausmännchen. So als kleine Hausmännchen. Gezähmte Affen. Was, gezähmte Affen? Also da kennt ich schon mal jemanden. Wie? Da kennt ich jemanden, der das echt hin ersetzt. Das ist jetzt richtig gemein. Aber was? Ah, das macht das nur noch schlimmer. Lappels. Alter, es geht so übel, schnell Lappels abzubauen. Treto. Wut, Wut. Alter, die Höhle ist echt schön fett für Dias. Da wird hier schon richtig schönes Farming-Häuschen nebenan. Ja, gestirben. Ah, willst du bestreuen, die Scheißwasser? Alter, steck doch ein Feldhunger. Specta. Specta. Specta's Waxter. Da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Weg mit dir. Da. Die Verbesserung nicht hin. Lol. Weißen. Man kann da auch Feld bepflanzen, wenn das nicht verbessert ist, oder? Ja. Echt? Ja. Geil. Da feier ich ja total eng. Ey. Ey. Ey, wollten wir nicht irgendwie die Folge beenden, oder so? Nein. Ja, doch. Ey, komm, mach so Spaß hier. Ja. Wir können auch nächste Folge nochmal, hier, Spaß haben. Haha. Oh, jetzt Spaß gesagt. Ähm. 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 Äh. Ich muss erst an meine Potatoes vermehren. Die Sachen Spaß. Das machst du nächste Folge? Nein, schon. Das machst du nächste Folge? Nein, schon. Das machst du nächste Folge? Ist schon passiert. Okay, gut. Das machen wir das nächste Folge mal. Sprenger wird deine Freundin nicht. Ist schon passiert. Oh. Ups. Ja, was willst du uns damit sagen? Ja, du hast auf die PM gelesen, ne? Ja, schon. Ja, siehst du. Dann ist ja alles klar. Also, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Gönnt euch ein Abo, dann tut es nicht. Oder lasst es bleiben. Wenn schon, dann richtig. Ja. Wenn schon, dann richtig nachmachen, ja. Ja. Ja, so ist das. Versteu jetzt hier noch meine Samen und dann... Ja. Genau. So, damit das hier fällt, einfach ein bisschen schöner aussieht für die Screenshots. Jo. Ich würde sagen, wir sollen beenden. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.